Hey und herzlich willkommen zu Part 67 von Let's Play The Sims 4, Tiana Legacy! Wir sind ja wieder zurück mit unserer lieben Familie Mild! Und im letzten Part haben wir angefangen, Aurora's Story so ein bisschen auszuschmücken, also Aura, und haben ihre Online-Bekanntschaft, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, wie hieß er, Dean? Nee, ich weiß nicht mehr, guck mal gleich nach. Also sie hat auf jeden Fall online jemanden kennengelernt und ich hab euch dann gefragt, wie ihr das findet, wenn wir ihn vielleicht für diese Storyline nutzen würden. Ich bin sehr gespannt, was es in diesem Part noch so ergibt, aber ihr habt schon gesagt, dass ihr auf jeden Fall die Vibes von ihm kriegt, dass er genau der Richtige ist, dass er so ein richtiger Herzensbrecher ist, auf den Aura reinfallen würde. Und wir haben Tiana einen neuen Job annehmen lassen, weil ich ja gesagt habe, dass ich sie gerne ihr Bestreben erfüllen lassen würde, weil das ja Teil der Challenge auch ist, und dachte dann eigentlich, dass ihre Lebenszeit dadurch ein bisschen verlängert wird. Das ist aber leider nur bei Sims 3 so und bei Sims 4 leider nicht. Aber ist ja nicht schlimm, wir könnten es ja theoretisch auch noch manuell ein bisschen verändern, weil wir sind ja Hacker. Geht nochmal der Sound bei TikTok. Mein Name ist Ru. Ich bin ein netzer Hacker. Ich weiß nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr darüber, dass euch das so gut gefällt, diese Storyline. Ich dachte erst, ihr findet das nicht so cool. Aber es macht ja auf jeden Fall auch alles sehr, sehr viel Sinn, dass sie sich jetzt eben so ein bisschen Praxis aneignet, bevor sie dann das eigene Café übernimmt. Also müssen wir da jetzt ordentlich reinbuttern, bevor wir dann die Generation wechseln. Aber ich würde sagen, wir standen jetzt einfach mal in den Part rein. Ich denke, wir werden heute den ersten Arbeitstag von Tiana erleben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Hier sehen wir unsere wunderbare, wunderhübsche Tiana, wie sie in ihrer vollen Pracht hier steht. Wir haben Mittwoch um 10 Uhr. Ich weiß nicht, ob sie heute schon arbeiten muss. Nee, 23 Stunden bis zur Arbeit. Das heißt morgen. Und Tagesaufgabe ist, Essen zubereiten, Getränke mixen. Die Mixenfähigkeit haben wir natürlich noch gar nicht erworben. Vielleicht sollten wir uns dann damit auch noch ein bisschen beschäftigen. Aber ich finde, also ich sehe Tiana jetzt nicht unbedingt an der Bar. Also ich weiß nicht, ob ihr da bei mir seid, ob ihr das genauso seht wie ich. Aber ich denke nicht, dass sie so eine Barkeeperin wäre. Aber man möchte ja hier nicht mit Vorurteilen um sich schmeißen. Warum ist denn sie so müde? Ach, sie hat die ganze Nacht das Buch geschrieben. Ich erinnere mich. Stimmt, wir haben ein neues Buch geschrieben. Wo ist es? Was sagt ein Ei, wenn es etwas weiß? Ei weiß. Ja, Nina ist einfach eine Wahnsinns-Witze-Erzählerin. Dann tun wir die hier mal ins Bücherregal rein. Das haben wir auch noch nicht im Bücherregal gehabt. Have courage and be kind. Was schlechte Qualität? Das ist wirklich sehr traurig. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir unsere Frösche nochmal züchten. Ich habe das Gefühl, ich züchte immer die gleichen zusammen. Ja, genau. Und kriegen wieder nichts rein. Also es ist einfach Pain. Pain in the Po. Egal. Irgendwann, Leute. Irgendwann werden wir the King of Samfrock sein. Ich sage es euch. Aber da müssen wir natürlich auch noch weiter gucken, dass wir das hinkriegen. Aber sie macht jetzt erstmal so ein Nickerchen. Heute kann sie sich dann ja noch ein bisschen entspannen, bevor dann morgen ihr erster Arbeitstag losgeht. Unsere liebe Camorra ist gerade dabei, das Haus nicht aufzuräumen. Ich dachte, sie räumt das Haus auf. Nein, sie stellt es nur noch mehr zu. Liebe Familie Miles. Wer hält das für eine gute... Naja, egal. Okay, wir räumen es einfach auf. Wir stellen es einfach nicht in Frage, warum das passiert. Wir räumen es einfach weg. Und Ora hat in der Schule Level 2 der Schreibfähigkeit erreicht. Und Level 2 der Fitnessfähigkeit. Nice. Nice, nice, nice. Den Kitty Katze geht es auch gut so weit. Was hat Kowu? Er chillt einfach hier wieder ein bisschen auf dem Tresen und guckt aus dem Fenster und denkt dabei an Popcorn. Also Dinge, die Katzen halt einfach so machen. Camorra, deine Ehefrau, versuch zu schlafen. Kannst du bitte leise sein? Sie möchte die Pflanzen mit ihren Tränen gießen, weil sie einen schlechten Feiertag hatte. Also Camorra ist einfach eine Mood. Sind hier noch Pflanzen dran? Nee, die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon abgeerntet. Da war ich ja so um das Speedrun. Ihr hattet ja so vorgeschlagen, dass es ja vielleicht auch Sinn machen würde, wenn wir der Familie ein Gewächshaus holen würden, weil wir dann nicht auf die Jahreszeiten angewiesen sind. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Sinn macht, dass wir das jetzt noch machen, weil das natürlich alles nochmal Geld kostet, welches wir nicht haben. Wir könnten aber vielleicht so ein kleines Gewächshaus machen und dann da vielleicht die Pflanzen reinmachen, die uns viel bringen, also die Blumen. Dass wir hier so einen kleinen Bereich jetzt noch machen, der dann quasi ein Gewächshaus ist. Auf dem Feld, maybe. Okay, warte mal. Dann, was haben wir hier? Eine Dahlia. Dass wir das vielleicht hier rüber machen, dass wir das löschen. Ah! Ich habe die Ananas gelöscht. Das wollte ich nicht. Ananasi, du gehst jetzt mal kurz, keine Ahnung, hier hin. Das muss ich mal kurz hier rüber packen. Und das auch. Dass wir dann eine Wand nehmen. Hier eine Wand ziehen. Hier eine Wand ziehen. Hier und hier. Das sieht jetzt so richtig schön aus. Einfach toll, Nina. Dann machen wir da also die Wandfarbe dran. Ein Dach drauf. Vielleicht dieses hier. Das ist doch ein Gewächshausdach. Lassen das vielleicht auch minimal überstehen. Ach Mann! Da ist ja schon der Ende. Warte, ich habe noch eine andere Idee. Wir machen dieses Dach da drauf. Und dann machen wir das noch ein bisschen niedriger. Ich glaube, das ist nämlich cool. Und dann, warte, machen wir hier oben noch schnell die Farbe auch hin. Und dann machen wir daraus nämlich dieses Glasdach. Sieht man halt jetzt nicht, weil Schnee drauf liegt. Toll. Aber es sieht bestimmt gut aus. Sonst müssen wir das dann halt nochmal umändern. Und dann machen wir jetzt hier noch Fenster rein. Könnten diese nehmen. Da passen, glaube ich, auch zwei perfekt nebeneinander. Das ist ja super, aber... So vielleicht? Sieht halt nicht so aus wie ein Gewächshaus. Aber das kennen wir ja schon von mir, ne? Dass Nina nicht so gut da drin ist, ein Gewächshaus zu bauen. Nee, das ist super so. Äh, und dann müssen wir ja nur vorne natürlich noch eine Tür reinmachen. Ne, Gewächshauschen-Tür. Nehmen wir die, glaube ich. Die. Das ist eine tolle Tür. Eine TT, eine tolle Tür. Das ist natürlich jetzt blöd, dass da... Mhm, ja. Nina, das ist wirklich sehr blöd. Das ist wirklich sehr blöd. Egal. YOLO. Jetzt brauchen wir noch ein einzelnes Fenster. Es werde Licht. Ja, perfekt. Super. Toll. Dann machen wir das hier auch noch hin. So. Warte mal, machen wir jetzt da... Ja, komm. Was soll der Geiz? Und dann machen wir das Dach vielleicht noch ein Ticken niedriger. Vielleicht noch ein Ticken? Joa. Könnten es ja sogar ein bisschen wölben vielleicht. Wird das kacki aus? Ja, ich glaube schon. Das müssen wir, glaube ich, nochmal gucken, wenn dann der Winter vorbei ist. Lohnt sich richtig, dass Nina jetzt hier noch so ein Gewächshaus baut, obwohl der Winter was vorbei ist. Aber es ist egal. It doesn't matter. Dann können wir aber dieses Fenster löschen. Dann machen wir hier drinnen einfach genau das Gleiche. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch eine Verbindungstür darüber machen wollen, aber das ist eigentlich voll unnötig. Und jetzt muss ich nur, weiß ich nicht, kann man... Nee, die kann man nicht drinnen platzieren. Nina, das hättest du dir auch denken können. Dann machen wir nämlich... Kurz einen Prozess jetzt. Dann nehmen wir nämlich diese Pflanztöpfe. Machen die da rein. Also theoretisch könnten wir natürlich diese Kästen nehmen. Aber die haben wir ja jetzt hier, ne? Deswegen klatschen wir die jetzt hier überall rein und hoffen, dass die Blumen dann wieder fröhlich sind. Und wir jede Menge Geld verdienen damit. Und die Lilienpflanze, da müssen wir dann noch eine für kaufen. Ein Dopf. So, wie viele passen hier rein? Guck mal, da kann man dann ja langlaufen. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da durchpasst, aber das werden wir herausfinden. So. Oh Gott, ich gebe gerade so unnötiges Geld aus, ne? Aber wundert sich hier noch irgendjemand? Nö, ne? Ist für euch alle in Ordnung. Finde ich einfach schön, dass ihr euch einfach eurem Leid, eurem Schicksal ergeben habt. Habe ich da jetzt nur Pflanzen platziert? Ach, nur Blumen platziert? Lilienpflanze. Paprika. Ne, die Paprika wollte ich eigentlich nicht da platzieren. Die Paprika kann draußen bleiben. Die arme Paprika. Alles das? Auch ne Paprika. Paprikas raus! Ach, noch ne Paprika! Wir wollen keine Paprika! Noch ne... Alter! Also, die Invasion der Paprikas. Blume, 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 Blume. Okay. Perfekt. Was haben wir hier jetzt noch? Paprika, Paprika, Paprika und die Paprika. Ja gut. Was machen wir jetzt mit der Paprika? Warte, was habe ich hier noch? Was ist das? Was steht da? Erdhügel. Wie ist das gar nicht? Ach so! Das ist von den... Von den... Von den... Von den... Karnickels. Aber sind hier noch irgendwo Blumen? Dahlie. Okay. Dahlie. Lilie. Lilie. Optimus Bräum! Okay, dann können wir nämlich hier die Paprika noch hinmachen. Das ist auch noch ne Blume. Ach, das sind alles noch Blumen. Egal. Dann haben wir aber jetzt hier auf jeden Fall schon mal ne Armee von Pflanzen. Das ist super toll. Und weil Nina es nicht lassen kann, machen wir da noch ganz kurz ein bisschen Deko an die Wand. Weil ich fände das cool, wenn da vielleicht so Mistgabe, nicht Mistgabe, so ein Rechen oder so an der Wand wäre. Das würde mich sehr erfüllen, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Sowas hier in die Richtung, aber halt mit so einem... Also mit so Gartenutensilien. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich wäre dann, glaube ich, der glücklichste Mensch EU-West. Ich weiß nur nicht, ob es sowas gibt, aber ich meine, ich hätte sowas irgendwo. Ha! Das hab ich gesucht. Guck mal, das ist sogar vom Spiel. Toll. Move Objects on. Tada! Guckt euch das an. Wow! Einfach toll. Ich hoffe, dass wir zumindest... Also, dass wir die Blumen da jetzt noch benutzen können. Also, dass wir da noch ran können. Ah, bestimmt. Okay. Super. Jetzt hoffe ich natürlich, wie gesagt, dass die Pflanzen dann auch wieder aktiv werden. Also, ich denke mal, dass sie dann bis morgen oder so brauchen, damit sie dann sich wieder vollend entwickeln. Aber der erste Schritt... Ach nee, ich hab die Paprikas vergessen. Der erste Schritt in Richtung Geld ist wieder getan. Kann ich die jetzt auch einfach hier hinstellen? Die können da drüber laufen, oder? Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann hat hier irgendwer gelitten. Ob ich es bin, weiß ich noch nicht. Okay, wir können Bienenwachs sammeln. Das machen wir dann auch mal schnell. Können wir nämlich direkt testen, ob Camara da überall drüber laufen kann. Ach ja. Warum gehst du denn jetzt von der Seite da dran? Geh mal mit der Pflanze sprechen. Okay, sie kann drüber laufen. Perfekt. Dann machen wir den zweiten Test. Geh mal hier hin. Hör auf, mit der Pflanze zu sprechen. Okay. Suppi. Perfekt. Man kann alles benutzen. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Selbstbestimmtheit zählt. Don Rose hat soeben die Ergebnisse ihres SDT-Tests, Erfolgsbewertungstests, bekommen. Ihre Punktzahl ist nicht so hoch, wie sie gehofft hatte. Soll sie sich für eine Wiederholung des Tests anmelden oder einfach mit ihrem Ergebnis zufrieden sein? Also ich glaube, Don wäre, also die ist ja immer sehr ambitioniert gewesen. Deswegen sagen wir, dass sie den Test wiederholen soll. Alle ehrgeizigen Schüler machen den Test mindestens zweimal, manche sogar fünf- oder sechsmal. Don Rose ist zuversichtlich, dass sie das gewünschte Ergebnis erzielen wird. Okay, ich bin gespannt, ob wir da jetzt nochmal eine Information drüber bekommen. Aber zunächst ist das, glaube ich, erstmal okay so. Und einige von euch hatten sich gewünscht, dann gehen wir wieder in den Baumodus, dass Camorra ihre Malereifähigkeit wieder ein bisschen aufleben lässt, weil sie das ja wirklich ganz gut gemacht hat. Und dadurch können wir da natürlich auch nochmal an Geld kommen. Deswegen machen wir das dann auch. Wir haben so viel Zeug im Inventor. Warum haben wir eigentlich einen Katamaran? Da fragt man sich wirklich? Also es ist ja auch eine alltägliche Frage, die sich jeder so, das kennt ja jeder, dann steht man morgens auf, guckt in seine Hosentasche und dann ist da plötzlich ein Katamaran drin. Dann fragt man sich einfach, woher kommt dieses Katamaran? Wir malen ein Landschaftsgemälde. Freundschaftsdienst. Der Freund von Aura Peony. Lüge. Das ist eine Lüge. Aura hat keine Freunde. Hat nicht für die wichtige Klassenarbeit am heutigen Tag gelernt. Da Aura Peony die Prüfungen schon früher am Tag abgelegt hat, kennt sie die Fragen und könnte ihr die Antworten geben. Soll sie ihrem Freund helfen oder ihnen die Prüfung ohne Hilfe machen lassen? Ja, also ich meine, wir haben keine Freunde, aber vielleicht denkt Aura so, dass sie andere beeindrucken kann. Deswegen teilen wir mal unsere Antworten. Der Freund von Aura war nie besonders raffiniert. Der Lehrer entdeckt die Notizen, die Aura ihm gemacht hat. Sie fallen beide durch und müssen sich einer Standpauk runterziehen. Leistungssverschlechterung klein. Oh no. Und bei Lily kriegen wir jetzt nochmal das Gleiche, aber Lily würde eh nicht helfen, weil Lily hat eh keine Ahnung. Lily Blossom lehnt es ab, den Lehrer zu hintergehen. Sie hat gehört, dass er ein harter Knochen ist, in dem dem nichts entgeht. Der Freund reagiert verständnisvoll und macht ihr keine Vorwürfe. Sehr gut. Das war wahrscheinlich nicht Jalen. Lol. Oh, guck mal, da kommt schon wieder was. Toll. Die Dahlia, die fühlt sich richtig wohl. Wie schön. Macht mich sehr glücklich. Bist du schon fertig? Ich kann mal, oh mein Gott, Camorra, es ist so wunderschön. Okay, ja, so viel kriegen wir da jetzt nicht für, aber es ist halt auch kein Meisterwerk. Aber, ja, wir verkaufen es mal, dann kriegen wir immerhin 500 Simoleons. Immerhin, warte, wenn es 100, 350 Simoleons Gewinn gemacht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Kannst du dir dann einfach noch eins malen? Mal mal ein selbstsicheres Gemälde. Oh, Charlie ruft an. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen und er will schon wieder an die Klippen? Charlie, werd mal erwachsen. Aber, nee, wir haben heute leider keine Zeit. Also, ich weiß zwar nicht, was wir machen, aber wir haben heute keine Zeit, Charlie. Okay, wir züchten noch mal. Ich weiß jetzt nicht, mit wem ich... Ich müsste mal das so abarbeiten. Ich glaube, den Blattfrosch habe ich eben gemacht. Da mache ich jetzt gestreifter Erdfrosch. Och, Mann! Naja, immerhin Frosch, der 160 Simoleons gibt. Dorn kommt über eine Eins nicht hinaus. Oh, mein Gott. Und Aura ist auch eine Einser-Schülerin. Sehr gut! Wir kommen jetzt alle dahin, was Nina geplant hat. Oh, aber Dorni stinkt ganz, 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 ganz doll. Weil ich ja die ganze Zeit wollte, dass die eben gut in der Schule sind. Aber es hat irgendwie alles immer nicht die ganze Zeit geklappt. So, Dorni, ich nehme mal eine erfrischende Dusche. No way, der Geburtstag von Dorn Rosner. Ah! Dorni hat in zwei Tagen Geburtstag! No! Dafür bin ich ja überhaupt nicht bereit. Oh, mein Gott. Dorni wird erwachsen. Naja, dann können wir ja jetzt Dinge einleiten eigentlich, oder? Weil dann ist sie ja erwachsen. Sonnet Bailey. Was willst du denn? Malerkarriere nie. Ich bin jetzt... Ich bin Köchin. Lass mich in Ruhe. Okay, räum mal das hier auf. Können wir das aufräumen? Können wir nicht? Okay. Ich höre einen Mann. Was machst du denn hier, Charlie? Nicht Charlie, Casper. Er möchte mit seiner... Äh, mit seiner Tochter. Mit seiner Schwester reden. Let's do it. Tiefgründige Unterhaltung. Komm rein, Boy. Hi, Lely. Was geht? Warum bist du denn schon wieder so traurig? Ach, auch wegen des Feiertags. Alrighty. Äh. Sie hat schon wieder... Sie hat schon wieder ein Meisterwerk. Wer hat sich gestellt? 1700 Simulions. Okay, ich glaube, es war ein sehr guter Plan. Die Künstler... Also die Malereifähigkeit... Ähm... ... wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Ähm... Okay. Dann, Camorra... Let's do it. Verkauf dein Werk. Ich weiß, es tut dem Herzen weh, aber... Wir brauchen das Geld. Aber es ist schön, dass Charlie... Ach Mann, ich finde schon wieder Charlie sagt, Casper da ist. Du Süßi. Du bist ein Süßi. Warum ist sie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aura Peony. Was ist in der Schule passiert? Sie hatte einen koketten Schultag. Wahrscheinlich, weil sie mit der Person da, ne, in Kontakt war. Und sie sich gedacht hat, oh, ein Männchen. Ja. Und dann war sie kokett. Du hast ein Kompliment von einem niedlichen Klassenkameraden bekommen. Ziemlich guter Tag. Oh Gott. Aura bildet sich natürlich direkt darauf was ein und denkt sich so, oh, ich hätte gerne einen Techtelmechtel mit dem. Oh Gott, im Himmel. Okay, steh mal auf. Ich wollte sie eigentlich gerade ihre Hausaufgaben machen lassen. Wünscht sie sich nämlich auch. Aber dann gehst du jetzt nämlich hier an den Computer. Dorni geht jetzt auch ihre Hausaufgaben machen. Und dann gehst du noch mal ein bisschen Kontakte knüpfen. Simda Chatraum. Wie heißt er denn jetzt noch mal? Ah. Marco Alvarado. Und werden ein bisschen mit Marco schreiben. Oh mein Gott. Ich hasse Marco jetzt schon. Nein, das ist natürlich sehr gemein von mir. Aber irgendwie kriege ich schlechte Vibes von ihm. Oh Gott, sie wünscht sich ein Techtelmechtel. Unsere kleine Aura wünscht sich ein Techtelmechtel. I can't believe it. Du bist aber ein Meisterwerkzeug. Ja, ja, bla, bla. Okay. Oh, das war toll. Oh, Raul. Hello, boy. Oh Mann, guck mal. Er kommt vorbei, um nach seinem Girl zu gucken. Das ist so süß, weil ich wollte ihn sowieso heute anrufen. Und jetzt ist er von alleine gekommen. I love it. Okay, hör auf deine Hausaufgaben zu machen. Geh deinen Boy rein, bitten. Es klappt wieder richtig gut hier. Weißt du, ich lasse Aura ihre Hausaufgaben abbrechen, um mit dem einen Typ zu schreiben. Dann lasse ich Dorni ihre Hausaufgaben abbrechen, weil ihr Typ ist vor der Tür steht. Lina, einfach eine gute Schülerin. Ich setze meine Prioritäten einfach richtig. Also es ist einfach super toll von mir. Okay, dann machen wir direkt hier Halligalli mit ihm. Weil wir freuen uns halt, dass er da ist. Knuddeln, küssen, alles. Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Weil die zwei haben ja noch gar nicht so mega viel Romantik da oben, ne? Da müssen wir ja mal ein bisschen dran arbeiten hier. Küsst ihm mal den Hals. Ich hoffe, dass Tiana das jetzt nicht sieht. Und hauch ihm mal einen Kuss. Boah, sonst ist ja keiner. Na, mach mal. Macht Liebe. Also, nur mit den Händen über der Decke. Also, bei still, Lina. Und wie läuft's? Sie ist mega müde. Oh Gott, das schreitet immer mehr voran. Ich will das nicht. Ich hasse ihn. Warum bin ich ihm gegenüber schon so böse, obwohl er noch gar nichts gemacht hat? Tut mir auch ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht. Guck mal, die haben beide Hunger. Vielleicht, ah, ich wollte gerade sagen, vielleicht können die was kochen. Aber ja. Komm, wir kochen mal zusammen mit Raoul. Warte mal, wie war das nochmal? Ich glaube, ihr habt mir letztens geschrieben. Ich glaube, auf den Herd drücken und dann zusammen kochen mit. War das richtig oder auf die Theke? Eins von beiden. Wir probieren es jetzt aus. Ach so. Ich muss natürlich auch auswählen, was. Was kochen wir? Pilzsuppe. Ich meine, wir haben drölf Milliarden Pilze, ne? Komm, wir machen Pilzsuppe. Erst noch ein bisschen knutschen und dann machen wir Pilzsuppe. Wie romantisch. Okay, ich war, ich glaube, es war wieder falsch. Ich glaube, man muss auf die Theke drücken, korrekt? Oder? Ja, jetzt steht er wieder nur dabei. Ach, ich mache es jedes Mal falsch. Hallo. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob Kamara das mitbekommen hat, was Aura gemacht hat. Aber sie hat ganz schnell den Computer ausgemacht, als ihre Mom ins Zimmer gekommen ist. Sie wünscht sich immer noch ein Dating-Mate. Ich liebe das nicht. Okay, aber das ist schon ein bisschen vorangeschritten mit Marco. Ich würde ihn am liebsten jetzt schon... Können wir ihn mal angucken? Komm, wir gucken ihn uns mal an. Wir müssen ihn ja einmal unter die Lupe nehmen. Oh Gott. Nee, er kommt aus einem Riesenhaushalt. Oh nee. Ja, vielleicht lösche ich da einfach ein paar Familienmitglieder. Wait, ist er ein Vampir oder so? Oh mein Gott, aber er hat einfach die richtigen Vibes. Okay, ich habe ihm jetzt ein Minium-Styling gegeben und der ist all das, was ich wollte, was er ist. Ich finde, das kommt so gut rüber, dass er halt so ein richtiger Macho ist, der denkt, er wäre der Allerkrasseste. Aber ja, eigentlich ist er einfach nur ein ganz kleiner Wicht, der die Ladies verarscht. Und das ist einfach großartig. Das ist also Marco Alvarado oder wie auch immer. Und ich finde, er hat auch so richtig so südländische Vibes irgendwie. Also ich finde, das kommt richtig, richtig gut rüber, dass er halt irgendwie aus so einer reichen Familie dann auch so kommt. Wie er sich halt kleidet, das sieht ja nicht aus wie ein Teenager. Also mega, mega, mega geil. Das ist seine Alltagskleidung. Dann seine formelle Kleidung. Seine Sportkleidung. Seine Schlafkleidung. Seine Partykleidung. Seine Schwimmkleidung. Heißes Wetter. Und kaltes Wetter. Ich liebe es einfach. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Ich finde es einfach absolut großartig. Ich freue mich so sehr auf diese Storyline. Also es wird einfach sehr, sehr lustig. Also für Aura wird es natürlich nicht lustig. Aber es ist lustig. Also, ja, was daran lustig ist, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Aber irgendwas ist daran lustig. Okidoki, Antischoki. Oh, er wird noch nicht angezeigt. Da ist er. Geil. Warte mal, warum? Jetzt wünscht sie sich immer noch ein Tecklmächte mit jemandem, aber in Orange. Orange. Das ist sehr witzig. Ok, aber sie ist jetzt super müde. Deswegen lasse ich sie dann auch einfach mal ein faules Nickerchen machen. Gönn dir. So, und ihr zwei Süßis seid ihr noch? Ja, ihr tut zumindest so, als wenn ihr zusammen kochen würdet, ne? Aber ist ja auch ein bisschen süß. Können wir währenddessen auch ein bisschen mit ihm flirten? Irgendwas sagen oder so? Geht nicht. Ist vielleicht auch besser so. Lilly ist ja auch im Raum. Aber sie hat hier heiß und süß. Diese süße Berührung eines anderen Sims. Ist das sweet. Ok, die Pilzsuppe ist fertig. Warte mal, dann ruft doch alle mal zum Essen, Girl. Wie wär's? Zumindest die, die gerade wach sind. Dann sind alle, alle satt. Aber das ist ja auch sehr, sehr süß, dass Dorni für alle gekocht hat. Ich glaube, sie ist jetzt auch so ein bisschen aus ihrer rebellischen Phase raus. Dass sie jetzt auch wieder, ja, positive, eine positive Beziehung mit ihren Familienmitgliedern eingehen möchte. Vielleicht kann sie jetzt hier am Tisch hier auch nochmal, ach guck mal, das möchte sie auch schon mit Lilly ein bisschen reden. Sie kann ja mal ein bisschen mit ihr tratschen, ein bisschen fragen, wie die Schule so läuft, reden mal über ihre Interessen. Was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Was machst du, wenn du dich nachts aus deinem Zimmer schlechst? Nein, das fragt sie natürlich nicht. Oh, Casper wird da gerade von einer Katze angegriffen? Einfach toll. Unsere Katzen sind wahre Engel. Dann fragen wir sie nochmal nach ihren Hobbys. Wir sticheln mal ein bisschen. Und Lilly weiß nicht so richtig, was sie sagen soll, weil ihre Mom halt mit am Tisch sitzt. Und Komora denkt sich die ganze Zeit so, ich bin ganz so, was du erzählst, Lilly Blossom. Wo ist denn Tiana? Ist die Sch... Also, Girl. Nee. Irgendwann ist Oma Schluss mit Schlafen. Nimm dir auch ein Gericht und sie möchte mit... Warum möchte sie mit Komora... Warum wollen denn heute alle unbedingt in die Kiste hüpfen? Jetzt will Tiana mit Komora ein Baby machen. Ich glaube, ich spinne. Meine Güte. Ich guck mal eben. Nach dem Blümchen. Juhu. Sie sind alle wieder... Alle wieder aufgetaut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Warte mal. Und ihr habt mir, glaube ich, geschrieben, dass ich im Inventar noch einen Vogelbaum habe. Habe ich nicht. Ich habe keinen Vogel. Seid ihr euch sicher? Bin ich jetzt hier die Dumme? Was ist das denn? Hergestellt von Tiana Miles. Wann hat sie das denn gemalt? Können wir das... Ich verkauf's, ne? Easy. Hä? Was ist das alles? Dawn Rose? Weiß nicht, wo das herkommt. Oder im Inventar von... Äh, von Aura. Nee. Ihr habt mich angelogen. Spaß. War nur ein Witz. Okay, Casper muss wieder los. Ich wollte ein bisschen nochmal mit den Vögeln unser Ding tun. Raul ist richtig froh, hier zu sein. Also, ähm, äh, ja. Ich stehe hier jetzt nutzlos rum, während meine Schwiegermutter in Spee das Geschirr wegräumt. Aber vielleicht könnt ihr zwei... Nee, Donnie. Och, es ist doch nicht Schlafenzeit. Könnt ihr euch mal zusammen vielleicht so... Sie wünscht sich mit jemandem zu flirten. Warte mal. Raul, komm mal in die Gruppe von... ...de Donnie. Könnt ihr mal zusammen hier sitzen. Nur sitzen. Nur so ein bisschen, ne? Sitzen. Einfach mal... ...ne Runde sitzen. Setz dich bitte... Hä? Warum ist er denn jetzt schon wieder nicht in der Gruppe? Ich weiß, du musst pieseln. Ich weiß, du bist müde. Aber ihr flirtet jetzt. Und dann knuddelt ihr. Und dann kitzelst du ihn. Wir haben keine Verhütung im Inventar. Und dann... ...sagen wir ihm. Warte, wie geht das nochmal? Ach, die benutzen schon keine mehr. Mhm. Gut, Nina. Da hat die Nina aus der Vergangenheit schon dafür gesorgt. Das ist einfach toll. Okay. It's getting hot and steamy in here. Eieiei. Gott, ich weiß, ob ich dafür bereit bin. Okay. Ja, liebt euch. Toll. Okay. Und dann macht ihr jetzt einfach tolle Dinge. Die man so macht, wenn man sich ganz doll lieb hat. Warte, warum massierst du ihn denn jetzt? Los. Sie wünscht sich das auch. Techtelmechtel, ja. Okay, tut es. Macht es einfach. Von Raul geärgert werden. Nee. Techtelmechtel. Hallo. Ich will, dass ihr euch lieb habt. Hä? Warum geht das nicht? Hä? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich habe zu viele Mods. Wir werden jetzt rumschmusen. Warum? Oh mein Gott. Jetzt können die wegen des Schulprojekts nicht in die Kiste hüpfen. Jetzt aber. Komm. Mann. Warum? Also das Spiel möchte einfach nicht, dass die zwei sich gern haben. Jetzt aber. Komm. Hoppi galoppi. Okay. Okay. Jetzt geht es los. Okay. Ora. Mach hier lieber schnell schlafen. Halt dir die Ohren zu. Oh oh. Nein, Nina. Du wolltest das. Diesmal wolltest du das wirklich. Das ist alles so ganz toll. Es ist einfach alles wunderbar. Okay. 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 Und zufälligerweise muss sie ja auch für drei pinkeln. Deswegen. Geh mir jetzt einfach aufs Klöchen. Und ähm. Ich meine, wenn er jetzt noch negativ ist, bin ich eigentlich vielleicht auch ein bisschen froh. Vielleicht habe ich das Ganze gerade auch ein bisschen überstürzt. Ah Gott. Ich habe Angst. Komm, gib mir das Ergebnis. Oh mein Gott. Oh nein. Warte mal. Oh nein. Ich habe ihr noch die Stimmung gegeben, dass sie kein Kind will. Das ist natürlich blöd. Das wollte ich nicht. Schwangerschaftswunsch wählen. Sie möchte schwanger sein. Ändert sich das jetzt noch nachträglich? Oh mein Gott. Da ist schwanger. Ich habe es schon wieder getan. Ich habe es schon wieder getan. Aber ich wollte es ja so. Guck mal. Warte mal. Das hier ist jetzt Part 67, ne? Vielleicht. 67, 68. Nein, es sind ja noch drei. Hätte ich so gedacht, Part 70. Dann kommt das Kind bevor. Ne, warte mal. Ich habe ja eigentlich... Ihr könnt gerade überhaupt nicht meinen Gedanken folgen, ne? Ich habe ja, glaube ich, eingestellt, dass die Schwangerschaft länger geht, ne? Sechs Tage. Genau. Das ist nämlich richtig cool. Das heißt, sie ist sechs Tage schwanger. Und nicht nur drei. Das heißt, dann könnten wir die zwei vielleicht so... ganz süß heiraten lassen. Und dann ist sie so hochschwanger. Und dann lassen wir die dann auf die Farm ziehen. Und dann ist alles Frieden vor der Eierkuchen und die kriegen ihr Kind. Das finde ich, ist eine schöne Sache, oder? Also, das finde ich, ist einfach eine richtig, richtig schöne Sache. Dorni, geh mal duschen. Geh mal. Du musst ganz dringend duschen. Du sagst, obwohl du eigentlich... Warte mal. Ist Raoul noch da oder ist er jetzt gegangen? Ja, er ist hier noch unten am Foil. Okay. Dann setzen wir uns nochmal hier hin und sagen ihm, hey, Raoul... Das ist doch mal ganz kurz quatschen. Weißt du, ich war gerade aufs Klo. Ich war gerade aufs Klo und dann... Nee, 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 du kommst jetzt nicht hier rein. Geh in dein Bett. Deine Schwester ist am Duschen. Naja, und da habe ich dann direkt mal geguckt, ob der Test vielleicht positiv wäre. Und er war direkt positiv. Er war schneller positiv als Ninas Corona-Test. Okay, so. Einmal bitte hier hinsetzen. Let's go. Ja, aber er soll auch das wollen. Kann ich das bei ihm nicht auswählen? Okay. Ja, einmal bitte schnell hinsetzen. Und jetzt werden wir nochmal mit ihm ein bisschen knuddeln. So. Wir knuddeln. Und anschließend werden wir es ihm dann verkünden. Wir werden ihm einmal die große Neuigkeit erzählen. Oh mein Gott. Dawn Rose ist wieder schwanger. Und wir müssen sie direkt schlafen gehen lassen, weil das möchte ich nicht nochmal erleben, was wir mit ihr beim letzten Mal erlebt haben. Fand er es gut? Ja! Okay, und dann schwärmen wir jetzt mal von der Schwangerschaft. Oh, sie hat ganz viele süße Stimmungen. Also das Hechtelmechtel war nicht so gut, aber ist nicht so schlimm. Das hatte keine Priorität. Das war ja nur Mittel zum Zweck, ne? Aber er hat auf jeden Fall mega, mega gut reagiert. Und er freut sich auch voll. Und oh mein Gott. Vielleicht tun wir auch so, dass die das erstmal noch für sich behalten. Und das dann halt erst sagen, wenn Donnie dann Geburtstag hatte. Und sagen dann, ah, ich bin schwanger. Und dann sagt sie, sie wäre jetzt erst schwanger geworden, nicht schon als Teenager. Und dann können sie ja mal ein bisschen über Babyzimmerdekoration reden, sodass sie sich einfach zusammen ein bisschen freuen. Oh nein, jetzt wird sie rebellisch. Donnie, ich habe eben noch gesagt, dass du jetzt erwachsen wirst. Was ist da denn jetzt hier für ein Verhalten, was du an den Tag legst? So war das nicht geplant, Girl. Bitte reiß dich ein bisschen zusammen. Aber sie freuen sich beide, glaube ich, sehr. Hier haben sie jetzt auch die Stimmung. Allererste Weihnachten. Dawn Rose ist so aufgeregt, das erste Weihnachten ihres Babys zu feiern, dass sie allen davon erzählen muss. Wenn das Baby älter ist, wird Weihnachten mit Geschenken und dem gemeinsamen Schmücken des Baumes noch aufregender werden. Alles ist gut. Dawn Rose Partner hat die Verkündung der Schwangerschaft eher positiv aufgenommen. Er ist offen mit dem Gedanken, Kinder zu bekommen gegenüber Dawn Rose. Was eine Erleichterung. Das ist so schön, Donnie. Sie ist jetzt mega, mega müde. Deswegen schicke ich sie dann jetzt auch nur noch ins Bett und werde diesen Partner dieser Stelle beenden. Ich sage mal sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich so sehr darauf, jetzt so die erste Story von den Kindern zu beenden, sage ich mal. Also das heißt ja nicht, dass sie dann nicht mehr zu sehen sind. Aber so, dass sie dann halt glücklich ausziehen können. Und dann können wir uns halt noch mehr auf Aura und Lily konzentrieren. Da haben wir ja noch einiges zu tun. Aber dass Dawn und Rauls Story dann jetzt sozusagen dann so langsam seinen eigenen Lauf nehmen wird. Und ich freue mich einfach so sehr darauf. Und ich finde es auch richtig cool, dass jetzt eben die Schwangerschaft dann sechs Tage geht. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Weil ich habe das noch nie gemacht, dass es dann eben sechs statt nur drei Tage dauert. Ja, falls ihr da noch irgendwelche Ideen von Vorschlägen habt, könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne schon mal Namensvorschläge überlegen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob die natürlich schon noch hier wohnen, wenn sie das Kind dann bekommen und wir die Möglichkeit bekommen, das Kind zu benennen. Weil ich fände es auch lustig, wenn es jetzt auch wieder so eine... Also das Kind von Eugene heißt ja Ute. Vielleicht kriegt Dawn dann eine Beate oder sowas. Das wäre schon ein bisschen witzig. Aber schreibt mir trotzdem gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und ja, im nächsten Part geht es dann vermutlich weiter mit den Storys von Aura und Lilly. Und wir werden dann tatsächlich den ersten Arbeitstag von Tiana erleben. Das haben wir jetzt hier in diesem Part nicht mehr gemacht. Ja, ich hoffe sehr, dass es euch dennoch gefallen hat. Mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf all das, was kommt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi! 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 Mwah!